Und in der Region habe ich eine neue Robloxchen. Ich habe die Haare von Inet aus der Folge Wednesday. Und wir spielen sowas. Warte, da ist der Flur 9, 2, 3, 4, Rake-Klicke. Und hier, diese App muss man rennen und klicken. Ich will doch hier etwas kaufen. Ich bin bei jemandem draußen. Und Software ist doch so richtig weit. So finde ich, also er ist bei Flur 4. Ich bin bei der Erste. Äh, okay. Das war mir halt auch nur eine Party. Und ja, also. Bei Bier ist so alt. Ich kann das Gefühl nur klicken und rennen. So nennt auch so etwas machen, was ich selber mache. Hast du gerade gemacht, Softboy? Ich weiß zwar nicht warum, aber... Keine Ahnung. Okay. Ich habe mehrere Fähne, dann kann man super viel machen. Oder Softboy? Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Hast du das Fragen? Hm. Dann mache ich natürlich 2 1. Zuerst diese Weißlafen, zunächst komm ich zum Schmai gehabt. Redet er, wenn uns etwas auffällt? Ampropos, Ross sieht sehr komisch aus, kennt ihn kaum, doch weiß das, dass er zuerst ein Spieler wäre. Und ja, wenn ihr Fortnite spielt, Software spielt für meine Tante ist der Fortnite. Hi, mein Name ist Dot. Mein Name ist unter eingeblendet in das Video jetzt. Das ist genau. Mein Name ist Slothalpaka727. Das ist genau. Wenn ihr damit hierbei von einer Befreunde seid wollt, nehmt einfach den Namen Slothalpaka727 ein. Ja. Gluckrasten und dann gar nichts. Äh. 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 Ich bin so lustig. Gar nichts denn. Und dann gar nichts. Musik an. Die Ritte ist schön. Auch Julia. Ja. Aber ich bin so ziemlich weit. Okay. So finde ich. Der Figur. Wer ist überhaupt dein Liebling? Du hast Monsters auf bei. Also mein ist. Äh. Sieg. Also mein ist. Ist der Mann, was Dub heißt. Und Figur. Was macht Dub? So. Es gibt Ihnen jetzt zwei Türen. Einer davon ist richtig und der ist falsch. Wenn wir die falsche nicht bekommen würden, nennen wir voll wahr. Falsche. Falsche Tür. Ich glaube, es wäre besser, wenn man sich die Schau merkt. Und welcher Rand seid ihr bei Hornart? Also ihr habt den Rand 91. Einer Lieblingskin ist Helsi und Seelen. Wir zwei flannen nicht warum, aber wir finden die. Diese Skin einfach ultra cool. Und ja. Wir haben jetzt Bine. Lieblingsdormonster ist noch. Ein Putz. 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 Und ja. attraktisch mitgenommen. Am einem, wie an diesem schrecklichen Flurs zu sterben. Und am zu Hause Pizza zu essen. J ineili, klimrend man überunter sind. Und jetzt tut's heute und bis nächstes Mal. Tschaui! Tschau! Tschaui! 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 Tschaui!